Grüße wieder herzlich zu Shadow of Rome. Ja, wir sind immer noch im Germanischen Vor- und es beginnt gleich mit einer Zwischensequenz. Ich werd nicht mehr... Nur so wenig, kein Ding! Ich werde ihn dann finden! Ich lasse es euch! Oh, Freunde... Oh, ein bisschen Handicap einbauen bei den Leuten. Hey, du hast Fleisch! Jetzt rechts mit. Das ist das Fleisch, fein. Du willst es ja so. Du willst es so. Oh, Mann, ey! Die sind nicht schlau! Hä? Hallo? Wie könnt ihr mich treffen? Ich stehe hinter dem Zelt! Da hast Fleisch mit! Esst das Fleisch! Esst das Fleisch! Mumpf, 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 mumpf! Oh, dann lass mich noch erwischen! Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich glaub, da hinten irgendwo her. Da ist das Tor! Oh! Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, 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 Mann! Fuck off! Was zum... Egal, ich muss... Er hat mich mit einem Dreierangriff getroffen, du Penner! Na, her damit! Kannst... Kannst du einfach was rausnehmen hier, oder wat? Hm, ja, dich lass ich leben! Lass... Komm! Ja, du hast auch keinen Arm mehr. Kann ich da ein Schild mitnehmen? Danke! Äh, nein, was soll ich denn... Was will er denn? Oh, Mann! Aus dem Weg! Hallo? Krüppel! Körperlich beeinträchtigt da, lass mich durch! Die Waffe! Kannst da nicht mit umgehen! Danke! Hallo? Ja, ich will auch hoffen, ey, bleibt da liegen! Ich hab schon wieder unnötig Leben verloren! Für den Scheiß, ey! Mann! Huch, okay! Kein Ding! Hier ist eben nicht Essen drin! Da! Danke, KI! Da! Ey, du bist doch so ein Sack! Hier, Alter, meine Faust! Am Schluss noch die Axt! Was? Ach, du willst noch mehr? Hier mit dem Schild! Germanische Axt habe ich noch, die... Komm, jetzt retten wir den Typen hier! Huh! Ah, zwischen der Grenze! Komm jetzt! Centurion! Ich bin sorry! Ich bin sehr sorry! Ich habe eine Nachricht! Wir sprechen später! Caesar... ... hat... ... getötet... ... was? ... was? Did you say that somebody has assassinated Caesar? Speak! I only know... ... that he was assassinated... ... at the Senate House! I have heard nothing else! That is absurd! Cannot be possible! I see! ... ... Dann- ... ... The time ... ... ... Die Kirche sind gekommen! Sie werden alle an mich betrachten. Silence! Kein Barbariker hat die Macht, die die Römer zu verletzen. Wir werden über das sehen. Bereit zu sterben! Der erste Kampf. Ich hab so einen kleinen Helfer, der nicht mehr da ist. Danke, dass du dich so totesmutig... Ja, da muss man aufpassen, der ist eigentlich ganz easy, das ist es. Junge! Okay, okay. Das ist doof. Da schleudert er. Und dann einfach ein bisschen was verpassen. Das war doof. Weil in diesem Fall... Weil hinten ist noch Essen drin, also kein Ding, kein Ding. Das ist einfach nur... Einfach nur mal ein bisschen zum... Warmwerden. Weil später kommen auch richtig üble Bosskämpfe. Da sag ich ja jetzt schon. Man sieht auch noch hier unsere Leute am Kämpfen. Das sind schon nur kleine Details. Über einen Typen kämpfen. Äh... Hab ich dich gepackt? Nee, komm ich nicht. Wird sich nur natsen, ne? Da hatte ich Glück. Dann hätte ich ihn auch neben mir gehauen. Höö, weg! Nein, da drauf. Das war gut. Von ihnen. Kein Ding, aber... Warte, ja... Die Achse ist einfach... Manchmal nicht ganz so gut. Weil... Krieg ich noch mal... Komm, den Ding! Sauber, sauber, sauber! Äh... Jetzt ist meine Waffe weg, aber hier lag noch eine. Eine Handachse, ne neue. Schön, schön, schön. Das passt locker. Ah ja, genau. Ab und zu kommen immer neue. Die helfen mir aber auch. Das ist das Schöne. Aber die sind eigentlich nur dafür da, damit ich auch neue Waffen habe. Was sehr... Krass ist. Weil die eigentlich nur dafür da sind, damit er... Mann! Diese Handachse! Äh... Das ist sauber, der hat einen Helm. Fuck! Komm, Box! Mist! Ich dachte, ich block ihn ab! Ich kann den Ding jetzt noch mal essen. Was? Nein! Wohl in dir! Du hast es für... für... für Rom getan! Komm! 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 Jetzt keine Axt mehr. Schön. Ja, das wird... Vielleicht wird das jetzt einfacher. Ich hab wenig Leben, er hat wenig Leben. Das wollen wir mehr? Komm, ram mich Oh fuck, ich hab den Scheißkolben Komm, einmal noch Okay, ich hab ihn besiegt, ich hab ihn besiegt Knapp What are you waiting for? Kill me! I would sooner die than become a slave of Rome Zendurian! Take him away Finish me! Let me die! Zendurian! What is the matter? Caesar is dead He has been assassinated What? What? Hurry We must return to the 4.0 Romano Wuhu, gut, wir haben das gemahnen Zeug abgeschlossen Ich würde sagen, hier mache ich Schluss Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Shadow of Rome Bis dann!